Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie Google dafür nutzen können, die günstigste Call-by-Call-Nummer anzeigen zu lassen bzw. zu suchen. Wir rufen erstmal google.de auf und jetzt geben wir irgendeine Telefonnummer an. Ich habe jetzt hier die Telefonnummer von Google Deutschland. Gehen wir auf Google Suche und dann kommt als erstes der Eintrag günstigste Call-by-Call-Vorwahlen für die entsprechende Telefonnummer. Google ist da anscheinend eine Kooperation mit Billiger-Telefonieren.de eingegangen und bietet halt diesen Service an, wenn eine Telefonnummer in der Google-Suche-Leiste angegeben wird bzw. in der Google-Suche eingegeben wird. Und hier sehen wir dann auch gleich, Ferngespräch kostet 70 Cent im Minutentakt. Und der Minutentakt, der wird hier angezeigt. Gültig ist das Ganze ab 21 Uhr. Bei mir ist es jetzt kurz nach 21 Uhr, also stimmt das auch. Und hier steht dann gleich noch das aktuelle Datum und ob das Ganze mit Tarifansage ist oder nicht. Standardgemäß wird der Tarif, der hier angegeben wird als Beispiel, auch als erstes hier oben in der Tabelle angezeigt. Und hier können wir schon sehen, dass der erste Anbieter eben 70 Cent pro Minute verlangt. Der Zugang wäre 0,10,88. Das Ganze wäre wieder im Ein-Minuten-Takt und das Ganze ist ohne Tarifansage. Gut, das wäre es soweit. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, statt der 0 eine Plus 49 davor zu setzen. Dann geht das Ganze natürlich auch. So, ich habe jetzt hier die Plus 49 und die Google-Deutschland-Telefonnummer. Klick da drauf. Und dann komme ich wieder im Großen und Ganzen zur gleichen Seite, allerdings jetzt mit der Plus 49. Und das wäre zum Inland. Wenn Sie jetzt in ein anderes Land telefonieren wollen, beispielsweise Sie wollen die Kollegen in der USA von Google anrufen, dann geht das natürlich auch. Ich kopiere die ganz kurz mal, gehe wieder auf Google-Deutschland. Voraussetzung ist natürlich, dass Sie auf Google-Deutschland sind. Es wird ja vorausgesetzt, dass Sie von dem entsprechenden Land aus, wo Sie die Suche starten, also in dem Fall Deutschland, auch raus telefonieren wollen. Wenn Sie jetzt auf Google.com gehen, werden Ihnen da völlig andere Telefonnummern oder Call-by-Call-Dienste vorgestellt, weil Google dann davon ausgeht, dass Sie von den USA aus Google anrufen wollen, also das amerikanische Google anrufen wollen. Und deswegen ist es immer wichtig, dass Sie auf der Seite sind, wovon Sie auch anrufen wollen. Wir wollen auf Deutschland und Deutschland aus anrufen, deswegen Google.de, die amerikanische Telefonnummer von Google, Google-Suche gehen und als erster Treffer günstigste Call-by-Call-Vorwahlen für die entsprechende Rufnummer. Und hier unten steht auch schon USA. Also erkannt wurde das schon. Klicken wir wieder drauf. Und jetzt bekommen wir wieder den gleichen, das gleiche, wenn es wie vorher, die entsprechende Nummer, der Tarif und die ganze Tabelle gibt es hier unten auch wieder. Gut, soviel zu dem. Das Ganze funktioniert ganz klar mit jeder Telefonnummer. Und das war der Call-by-Call-Vorwahlen-Tipp mittels Google. Okay. Das war der Call-by-Call-Vorwahlen-Tipp mittels Google.